willkommen heute zu einer weiteren reise durch die clicker idle und incremental games so als nächstes ist mit das gold plus an der reihe und ich könnte sagen ich habe da mal was vorbereitet und zwar das eine ist ich stehe gerade tatsächlich vor dem nächsten resett das heißt meine diamonds sind verdoppelt und ich habe okay ich brauche noch 0,003 damit ich tatsächlich auf 5 hoch 111 komme damit ich dann mit den nächsten beiden verdoppelungen also von 5 dann auf 1 hoch 112 und dann auf 2 112 um letztlich hier die nächsten diamond researches anzustoßen und dann dauert es trotzdem immer noch eine ganze weile bis ich hier den 113er freischalte und das andere was ich heute angehe ist der abschluss der diamond 3 arena soweit ich das bisher ausprobieren konnte bin ich da schon ganz gut gewappnet also weil das letzte boss monster ist ja immer um einiges stärker und hier kann ich jetzt auch erstmal noch die nächsten acht stunden starten und ich denke da bin ich noch online um das dann wieder einzusammeln die taverne ist halt das problem wenn die alle voll sind wenn die bei über also wenn die zehn haben und der andere 30 dann lassen sich da keine neuen mehr machen was dann immer etwas ärgerlich ist weil eben dieses symbol an bleibt und dann nicht ganz klar ist wenn der andere abgelaufen ist so hier wird jetzt gleich mal die sechs stunden anstarten weil eine stunde werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht brauchen so die lasse ich jetzt schon mal hier laufen die sollten dann hoffentlich schnell genug die letzten einheiten dort zusammen zu bekommen naja der ticketmarkt beziehungsweise das ding ist immer so problem weil das lasse ich immer links liegen und dann dauert das natürlich ewig bis ich jetzt so 90 freigespielt habe weil hier fehlt tatsächlich so ein netter multiplikator von wegen zehn tickets auf einmal zu spielen das wäre unglaublich praktisch an der stelle ich werde jetzt mal eben die tickets auf brauchen weil ich will nämlich mit denen hoffentlich auch dabei fälligen gemmens also entweder die blauen auf jeden fall für das nächsten milestone aber eventuell auch gleich direkt ein paar rote ja so wie da jetzt mit den fünf einfach um noch ein bisschen geld ausgeben zu können beziehungsweise rote diamanten ausgeben zu können um noch ein paar stärkungen für mein haustier zu kaufen wobei man bei den figuren die da aktuell als pet unterwegs sind nicht mehr wirklich von haustier sprechen kann das entscheidende dabei ist natürlich auch immer noch das ist dann natürlich hoffentlich auch weiterhin paar rate points einsammeln weil natürlich auch die rate points dort noch eine wichtige rolle spielen dieses eine achievement abzuschließen auch wenn es natürlich kein steam achievement ist sondern nur eins innerhalb des spiels aber nicht desto trotz will ich ja die sachen voll haben mal schauen was es jetzt insgesamt gebracht hat also als erstes hier mal noch die blauen natürlich umwandeln das heißt mit 240 kann ich auf jeden fall eine packung für das pet kaufen was ein lebensmittel dann dort ist und ich glaube es sind dann sogar zwei weil deswegen also bei einem armierten albtraum ist wahrscheinlich nicht mehr unbedingt von einem haustier zu sprechen außer man hat gerne albträume aber kaufen wir hier jetzt noch die weitere mit ein und verfüttern das dann gleich dann steigt auf jeden fall noch ein level auf machen wir gleich mal den rest leer also was jetzt so noch eingetroffen ist eben durch die karten und da kann ich auf jeden fall noch eine stufe aufsteigen das heißt dann wird der kampf umso einfacher das reicht dann auch soweit mal gucken was dann nach dem amort nightmare noch kommt und vor allen dingen was nach der diamond arena kommt also wenn ich die jetzt mit euch zusammen durchmache bei der ersten gab es 500 bei der zweiten 1000 prozent building profit und mal sehen was es jetzt dann gibt so also der normale angriff seht ihr da das bringt nicht viel der haut mich da viel zu schnell aus den latschen aber zum glück gibt es ja noch andere möglichkeiten auch hier seht ihr das ist relativ schwierig aber ich habe ja noch ein paar potions auf lager womit ich dann meine gesundheit zumindest noch ein bisschen angleichen kann und ich dann immerhin nicht alle auf einmal verbrauchen muss mal gucken ich könnte sogar noch mal na wobei es ist eh ziemlich knapp wenn ich jetzt kämpfe dann kriege ich wahrscheinlich so viel auf die mütze dass ich nicht noch ein zweites mal kämpfen kann ja ok das heißt also die zehn bis zehn potions runter ist auf jeden fall notwendig gewesen das heißt machen wir starten wir gleich noch mal von der stufe her und mal gucken ob ich jetzt noch ein oder zwei potions mehr brauche weil je nachdem wenn das glück jetzt ein bisschen schlechter ist dann kann es natürlich sein dass ich noch schneller schon gesundheit verloren habe bevor ich ihn den letzten todstoß versetzen kann knapp aber es würde wahrscheinlich nicht reichen gut also das hätte hat also es hat mit einem schlag gereicht okay ich hatte reflection deswegen hat es dann reicht auf jeden fall 378 rivats diamond also die division ist abgeschlossen diamond stufe 4 ist jetzt als nächstes 3000 also es ist noch mal also beim ersten gab 500 dann gab es das doppelte dazu 1000 und jetzt bei 1500 gab es das doppelte also 3000 building profits dazu jetzt mal gucken ihr habt ja vorhin vielleicht ganz kurz gesehen wie langsam der profit durchgelaufen ist dass sie hier hinten so im letzten stelle aber ihr seht es bewegt sich hier nicht allzu viel aber ich habe jetzt genug zusammen um hier den reset zu machen das heißt ich werde jetzt erst mal die tempel offer also mehr die kann ich jetzt nicht machen solange hier noch diese teile laufen das heißt es dauert jetzt noch eine minute dann schauen wir uns jetzt nochmal das pad an verteilen die an ich werde schon mal die bp points wieder verteilen 68er sind dann durch und ein 72 so und mal gucken was mich jetzt erwartet also es gibt also noch eine weitere diamond arena mal gucken wie schnell der mich aus den latschen haut also ja also es lohnt sich aktuell nicht dafür jetzt die potions auszugeben weil es ist ja jetzt nicht allzu viel zu erreichen beziehungsweise zum einen habe ich ohnehin jetzt die möglichkeit hier wieder also der leute mit einem acht stunden dann kann ich den ja auch auf acht stunden setzen bei den anderen noch nicht aber das heißt ich kann jetzt erstmal wieder ein paar potions kräften vor allem die gesundheitssachen wieder bis 30 hochleveln und wenn das dann der fall ist dann kann ich jeder den nächsten machen und mich so stück für stück bis zum nächsten pet weitermachen weil mit dem nächsten pet steigen die werte hier auf jeden fall wieder deutlicher an als nur von level zu level und dann sollte ich auch in der nächsten diamond stufe vier also in der nächsten arena auf jeden fall wieder besser zurecht kommen und und nicht ganz so viele potions brauchen um ein so ein monster zu besiegen so das ist abgelaufen das heißt jetzt machen wir noch den reset tempel offer so einmal max ihr startet jetzt eh gleich das heißt da kann ich das auch alles dann einkaufen einmal hier durchkaufen dann hier die upgrades aktivieren wieder durchkaufen das ist letztlich wie gehabt erst zum ende hin wenn ich dann natürlich jetzt auch die hier noch aktivieren damit da die multiplikatoren verwendung finden das fasst mit den 200 prozent wird jetzt auch relativ schnell erreicht sobald ich hier zumindest dann auf einer ebene angekommen bin das dauert jetzt natürlich nur moment 67 65er 66 so dann sind die auch fast durch so die kann ich schon mal jetzt starten und dann kann ich nämlich hier schauen dass da jetzt als nächstes der nächste hunderter bonus kommt bei 2,3 damit da natürlich der multiplier stimmt und ansonsten hier natürlich auch den nächsten hunderter dann ist der 4000er bonus komplett weil das ist dann der bonus der hier für alle buildings ergreift wenn die auf 4000 sind es dauert jetzt natürlich noch ein bisschen da müssen müssen noch mal alle boni zu gemeinsam laufen dann wie ich dann die 6,6 bekomme und die anderen sind alle schon über 4000 das heißt das passt dann soweit dass der bonus dann greifen kann und dann natürlich hier als nächstes dann den 3,369 was dann eben wiederum schneller geht soweit der bonus aktiviert ist schauen wir noch mal also während das jetzt läuft die paar sekunden eben hier die rating points bei 2,147 das heißt es fehlen noch etwa 530 jetzt um die nächste stufe komplett zu machen und sonst wird natürlich bloß wollen noch das dauert noch so das mit den forschung habe ich euch gerade gezeigt das mit denen hier ist im moment auch noch nicht so relevant weil die auch nicht jetzt weil die ja mit keinem multiplikator irgendwie schneller ansteigen momentan so 1,7 habe ich jetzt das heißt einen durchlauf sollte es noch machen damit der multiplier dann aktiviert werden kann 3,3 ist gleich erreicht jawohl so und jetzt kann ich letztlich hier dann wieder stück für stück noch die letzten 68er weitermachen beziehungsweise ihnen dann noch den 69er dann nach und nach geben aber das ist jetzt alles keine relevanz weil das sind keine großen multiplikatoren das ist eigentlich eher so ja noch die kleinen sachen mitzunehmen die 68er sind ziemlich leicht zu aktivieren momentan jedenfalls man sieht ja wie schnell die 1 hoch 69 voll wird aber nur wenn letztlich beide seiten gemeinsam laufen weil sonst ist halt nicht viel bewegung so die 68er durch hier auch noch mal ein blick also im medium ist ja schon ewig alt wo nichts mehr passiert und beim war outpost gibt es eben weiterhin nicht wirklich viel zu tun das kriegt alles vor sich hin aber es gibt halt auch nichts mehr zu erreichen was ich hier jetzt noch ausbauen könnte deswegen kann ich hier einfach nur ab und zu die paar gebäude die dann da noch oder die paar armeestätten die dann verfügbar sind starten und er ist aktuell tatsächlich mal wieder in einer großen ordnung wo er die nächste den nächsten angriff starten kann aber ihr seht hier warum es gibt nichts mehr zu erreichen leider und die upgrades sind jenseits einem was möglich ist sowohl in den army upgrades mit dem 1 hoch 30 metall als auch wo war das noch achso die ressource upgrades genau die holz sachen die sind auch bei 1 hoch 30 300 also deswegen nur noch die letzten paar sachen im spiel abzuschließen um dann das spiel als ganzes eventuell abzuschließen also es hat eben aufgrund seiner free to page struktur wahrscheinlich kein echtes ende aber es würde mir schon reichen auch das letzte pet zu erwischen wo ich nicht weiß wo die aufhören also soweit heute von midas gold plus und weiter zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten